WESH, was essen Sie heute? Herzlich willkommen zu einem WESH-Spezial. Also, was ist besonders an solchen Folgen? In dieser Folge haben wir Abtisam hat nach Marokko geschickt. Er ist nach Marokko geflogen und hat tatsächlich dort eine WESH-Folge gedreht. Davon werden einige Folgen kommen. Seid gespannt und ey, ich will euch nicht lange aufhalten. Wir schalten direkt rein zu Abtisam hat. Hallo und herzlich willkommen bei WESH! Hallo, Deutschland! Hallo, ich bin Risa! Kannst du dich hören? Hallo, Abtisam hat. Ja, ich höre dich sehr gut. Kannst du mich auch hören? Ich höre dich auch. Ich hoffe, geht es dir für euch gut. Ich verwende euch. Was gibt es bei dir zu essen heute, Risa? Also, bei mir gibt es natürlich wie immer Harira und heute gibt es gebackenes marokkanisches Hähnchen. Wow! Also, ich bin heute in Wedem-Lil. War mein Zwillingsbruder. Ich glaube, du weißt ja, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Wie? Was für ein Zwillingsbruder? Du hast mir noch nie davon erzählt, dass du einen Zwillingsbruder hast? Nee, davon weiß ich nichts. Echt? Nein, auf gar keinen Fall. Davon hast du mir noch nie erzählt. Also, ja, den würde ich gerne mal kennenlernen. Dann wirst du ihn heute kennenlernen. Ja, klar. Natürlich, dein Zwillingsbruder. Ja. Ja, den habe ich, dein Zwillingsbruder. So, bleib dran! Es ist ein Zwillingsbruder. Verfeuze! Ja, bitte, bitte. Und darüber, dass die Zeit, die Brüder死ben. Wir müssen die Verheilung mun spielen. Ah, das ist doch alles! Ja, meine Damen und Herren! Wir müssen uns nicht so auf dem Lücken investigación. Wir müssen die Brüder und ihr zeigt uns. Dassen wir auch ein neurosurzendes, was ich nicht mögliche von Geld! Warum schief es? Ich habe ein Hauses gesagt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020